hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge vom nordatlantik fischer der rudy smith ist wieder da ja wir sind auch wieder da denn es gab quasi im stundentag patch würde ich jetzt nicht sagen aber nach meinem letzten doch recht enttäuschten nicht enttäuschenden sondern enttäuschtem video gab es gleich drei patcher einer davon kurz vor dieser aufnahme hey what could possibly go wrong als wo spieler weiß man everplay und patch day da kann ja nichts schiefgehen so wir holen mal die leinen rein die sind natürlich jetzt schon vergammelt weil wir natürlich zu spät sind und dann würde ich sagen setzen wir die direkt gleich neu ja was passiert der patch hat folgendes bewirkt dass die boots leute die wir uns dann dazu geholt haben dass die dann entsprechend im hafen in den crewquartieren sozusagen warten dass wir sie mitnehmen und ja wir sagen wir setzen jetzt mal leinen tiefseeleinen ich hoffe ich habe überhaupt neu geholt wenn ich muss noch mal kurz zurück zum hafen ja ich habe keine ich habe keine geholt okay dann reisen wir mal kurz zurück habe hier übrigens noch ein boot entdeckt auf dem weg hierhin und seal island also wir sollten uns auch die sachen hier und nein das habe ich jetzt nicht nur drei treibstoff das ist jetzt ein problem ist mein jetzt kann ich das ganze stück so zurückfahren oder also das heißt ich war auch ein dickeren tank also dann haben wir auch irgendwas am treibstoff management geändert das wäre natürlich ein bisschen komisch gucken wir mal da noch hinkommen okay also hier wollte ich mal zeigen dass es so richtig schöne kleine inseln die wir haben liegt auch nicht nur schale auf dem rücken auch sehr schön ja wie gesagt ich mag ja das spiel ich mag auch die entwickler aber irgendwie mit diesem teil bin ich mir nicht ganz sicher ob sie sich damit ein gefallen getan haben ja das heißt also wir haben zu wenig treibstoff wir müssten also theoretisch das schiff dann entsprechend aufrüsten damit wir mit den größten treibstoff tank haben oder was das scheint aber neu zu sein okay wir haben nicht nur treibstoff ich weiß dass der verbrauch 50% höher ist aber das kann auch nicht ganz stimmen ich habe folgendes gemacht ich bin wenn ich das mal zeigen darf hier machen was hier okay so ich bin von hier oben zu fuß hierhin geschleidert und habe am tank so ich zeige das gleich an den paar an der tankanzeige verbraucht und jetzt haben wir nur für das stück hin und zurück fast den ganzen tank leer gebraucht also das war ungefähr hier vorne stand die nadel ungefähr ja das ist ja das scheint mir nicht ganz richtig zu sein ehrlich gesagt jetzt muss ich theoretisch komplett hier zurückschippern was mir orientiert ist dass wir hier die beiden dinger drin haben aber ich die eben nicht setzen konnte vielleicht noch was anderes vorbereitet aber wir müssen also ich würde da mal gucken dass wir an diesem boot so ein bisschen naja der steht da zwar aber der macht das nicht dass wir in diesem boot eventuell den den sprit tank erhöhen können oder so er macht ja keinen sinn wenn wir fische fahren wollen irgendwo und wir kommen damit dem autopiloten nicht dahin sowieso ist es ein bisschen blöd wenn wir nicht wissen wo der fisch überhaupt liegt also das ziel ist ja jetzt dass wir was wollten wir fangen ich muss nur wieder kurz gucken makrele fischköder herring thunfisch und schwertfisch genau das heißt wir müssen mal gucken wo thunfisch und schwertfisch noch so ist gut ich meine der wäre hier aber den würden wir abonnieren eigentlich hauptsächlich geht es um thunfisch tja und was macht er da nichts also wir können die hier nicht wir können nicht rauswerfen gut da war einen kleinen cut und sehen uns dann im hafen wieder würde ich sagen so da bin ich wieder im hafen jetzt ist aber treibstoff kaufen für teuer geld und dann brauchen wir auf dem fischmarkt bei den fangleinen sollten wir vielleicht mal drei leinen ködern warte wir können da nur ein herring dranhängen oder was krass ok ja dann ist das also aber drei leinen und dann soll man mal gucken wie war an dem boot rumschrauben können es scheint ein bug zu sein dieser extreme sehr extreme verbrauch mal eben kurz gucken kriegen wir irgendwie schwertfisch rotbarsch ist gratis sollte auch immer mitnehmen sollten so eine immer so ein bisschen umgucken wenn wir wieder nichts verdient also dass das regt mich vielleicht auch nur wegen diesen bugs zur verbesserung lager brauchen nicht radarautopilot autopilot steuert sich das boot selbst und hält den vollständigen kurse es wäre geil aber irgendwie weiß ich nicht motor ja den kann ich verbessern wir haben schon zu viel treiferverbrauch also wir kriegen keinen besseren tank so und jetzt müsste ja auch eigentlich ein weiteres boot verfügbar sein tank befüllen 300 liter zehn knoten ja das lohnt ja überhaupt nicht gut das heißt wir müssen jetzt irgendwie mal an tun schiff sachen rankommen habe ich schon eine idee eine clevere möglicherweise ist die clever und zwar gucken jetzt einfach mal in den häfen die wir kennen ob da leute sind die das wissen weil jetzt sind da wieder so viel spritverbrauch ist natürlich eine teure angelegenheit aber ich glaube die tipps sollten uns immer holen so seelachs rotbarsch thunfisch komm wir machen das mal und da gucken wir mal wo das ist vor drei tagen vor neun tagen das ist auch hier unten auch wieder relativ weit weg aber den wollen wir ja fangen ne und ich mache mir wirklich sorgen dass mit der schnell reisen so nicht richtig funktioniert was auch immer folgendes wir speichern mal kurz so und dann was sagt der tank also ich glaube die ganz schnelle schnell reise die ist das problem oder dann holen wir mal hier sprit rein so gut ja die leinen sind gefüllt dann würde ich folgendes vorschlagen wir versuchen das jetzt mal mit schnell reisen also mit der nicht mit der sprung reise mit der schnell reise und nehmen dann mal den den thunfisch hier unten jetzt habe ich den thunfisch entfernt so für ein paar sekunden ist natürlich dann auch falsch kann kein land überqueren dann müssen wir erstmal hier oben hier raus so und dann müssen wir einmal von hand ablegen und jeder hafen ist anders und da sind wir auch glaube ich Boote die wir dann später mal bekommen können ich muss mal eben hier den so ich geh mal ein bisschen näher an euren Kopf ran hä so gucken wollen wir hier aus dem hafen automatisch raus kommen jetzt möglicherweise ne fährt er hier vor die kai mauer oder wie auch immer das richtig heißt ich bin ja kein kein Bootsmann Bootsmann rett mich übrigens an diese wie hieß denn das Fähren auf Salcrocan nicht Fähren auf Sagrotan das ist was anderes wo ich bin jetzt gelandet achso hier ist noch ne Mauer schön ist auch blöd Ferien auf Sagrotan hallo so dann habe ich noch was zu verkünden und zwar es gibt ein Giveaway in diesem Video ich möchte ja Leute belohnen die immer schön fleißig kommentieren unter den Videos deswegen werde ich unter allen die unter dem ersten Video zu dem Spiel fleißigst kommentiert haben ein Giveaway machen ein Key Giveaway werde dann über den Community Tab den Gewinner bekannt geben denn ja wir hatten uns ja an die Embargo Regeln gehalten dieses Spiels ich kann das ja kurz erklären wenn du Inhalte veröffentlichst dann kriegst du vom Publisher eine Auflage zu diesem Spiel durfte bis zum 16. kein Content veröffentlicht werden wir haben uns dran gehalten so wie wir das immer tun wir arbeiten ja auch gerne mit Publisher vernünftig zusammen es gab dann den einen oder anderen der es nicht getan hat und als kleine Entschädigung dafür dass ihr halt später bei mir halt dann das zu sehen bekommen habt bekommt ihr halt diesen Bonus genau wird das dann hätte ich dann mit zum da gibt es da so Tools da kann man automatisch dann einen Kommentar auslosen und dann ist das auch so dass ihr da nicht äh mogeln könnt aber ihr seht ne es lohnt sich immer zu kommentieren und ich freue mich natürlich und äh ja es wird noch einen zweiten Key geben und äh ihr ahnt jetzt möglicherweise wie ihr in den rankommen könnt mehr dazu dann in einem der weiteren Videos so und wir legen jetzt mal hier vernünftigerweise die Netze aus und hoffentlich klappt es diesmal so dann packen wir den mal hier jetzt vorbereiten ja das war doch nicht so schwierig das heißt wir können also mit dem mit dem System äh welches wir da fahren dass wir hier mit dem mit dem Ankerpunkt fahren das scheint ganz gut zu gehen muss ich das jetzt echt jedes mal angucken oder was was war denn diese Alarme da bin ich ja verrückt bei ja und irgendwann haben wir natürlich dann so eine riesen Map wo wir die ganzen Sachen dann angegeben haben hm warum hängt das hier bedeutet das wir da näher ran müssen oder bedeutet das nur dass es die hier insgesamt gibt hm keine Ahnung so wir bestätigen nochmal mit abbrechen und dann ja können wir doch irgendwas erkunden hier irgendwie vielleicht irgendwo noch was freischalten oder irgendwie so ja wir müssen sowieso jetzt in der Richtung Hafen zurück wahrscheinlich und neuen Treibstoff holen wir das jetzt ausufernd betreiben hier dieses dieses rumfahren gucken wir ob es hier was gibt und wir müssen hier mal gucken nach welcher Zeit die anfängt blau zu werden okay irgendwann die Meldung ist nochmal sieben Stunden okay hier haben wir nichts entdeckt ja wir müssen tanken ne ihr seht es also das ist wirklich ja ich habe jetzt die Sorge dass wir jetzt so weit weg sind und dass dieses Problem mit dem Tank weil wir jetzt immer wieder in auftanken müssen sonst sind wir immer hier in Kreisen drum rum gefahren das ging ja auch dann ganz gut dass das jetzt verhindert dass wir da wieder hinkommen das wäre dann ein neuer Bug nachdem die anderen Sachen jetzt behoben sind ich könnte übrigens mal den sich ausruhen lassen andererseits meine Mitarbeiterin ausruhen das geht ja eigentlich nicht ne warum kann ich das nicht wenden hallo ja ja ich würde ja jetzt gerne noch in dieser Folge mit euch den Fisch einholen um zu gucken was dabei rumkommt da wird man immer so ein schönes rundes Bild haben deswegen gehen wir kurz hier anlegen das ist ja auch ein bisschen anspruchsvoller da werden hier schon verschiedene Schiffssimmatoren und eigentlich haben die meisten das Anlegen immer ein bisschen aufwendiger gemacht ne dass du im Hafen da irgendwie so um so Sachen hin und her drum rum fahren musstest so wo ist es denn ein stück hat das jetzt auf einmal so fangen wir einfach nur hier rein und noch mal noch mal sprit zu tanken ausrüstung raum wenn ich so wartung ist bereits voll jawohl ohne ausrüstung hier wieder raus ja und da bin ich gespannt ich schweige hier gerade vor mich hin ich bin halt gespannt wie wie viel wir wie viel wir dann da rausholen können ich glaube dass die schweigepause muss ich rausschneiden wir lassen die mal drin ist mein kopf fängt an zu pasen und dann schwieg er und war nicht mehr gehört so hier rum und dann können wir glaube ich hier raus und dann müssten wir wahrscheinlich auch schon da sein ich sind die blau halt nur das ist immer ein bisschen empfindlich und dann müsste er gleich irgendwann die meldung kommen ist etwas angebissen und dann haben wir an drei leinen fisch die wir dann fangen und solange dieser ja ich glaube wir kommen ganz gut hin okay also wir gucken uns den fang an ich hoffe da komme ich noch zum hafen zurück so los geht's jetzt muss man erstmal den mitarbeiter es hat etwas angebissen ja das muss man sich nicht jedes mal angucken so dann den mitarbeiter hier auf reinholen dahin so dann machen wir hier so ein bisschen unser licht hier passend dazu gehen wir hier drauf und dann sagen wir arbeitsscheinwerfer so ein bisschen die richtung da klar wir sind wir hier bei 20 cent research light pictures wo geht es nicht aus und das ist das minigame ne da ist irgendwie die maus auf einmal ganz schnell warum ist das so oh das zittert hier ich bin das nicht wow schwertfisch oh was für ein großer boah die das oh und dann doch mein dicker oh sehr gut okay 900 941 kilo das klingt schon mal gut so mein freund 3000 kriegen wir rein also das wäre ja ganz in ordnung dann hab ich gut getippt ne 4 wäre 1 zu 4 gewesen interessant dann mit diesen sendern da dran ne ich weiß gar nicht ist das in der realität dann auch so mit funk oder wie läuft das dann könnt ihr mir gerne mal schreiben so der war perfekt oder wie sind die fisch wir mögen flipper was alles sehen wir ja pünktlich hier dass das eben nicht passiert perfekt der kollege ruht auch welche rein oder hilft er mir nur das weiß ich gar nicht verfehlt so einen haben wir doch der weiß ein bisschen weiter weg und ziemlich genau auf der stelle wo wir den hinweis bekommen haben und 1700 fische gespannt also ich würde gerne mit dem kredit zumindest schon mal zurückbezahlen und ich würde sagen dann verkaufen wir auch in dieser folge dann kann ich folgendes machen dann kann ich ich habe gleich meeting dann kann ich während des meetings noch mal ein paar leinen auslegen reinholen dann haben wir schon mal ein bisschen mehr kapital für die weiteren folgen dieses let's plays ich möchte euch ja immer unterhalten und dann jetzt immer das gleiche machen wird dann vielleicht irgendwann eintönig aber wenn wir jetzt erstmal schon mal gesehen wie das hier funktioniert und wieder perfekt da frage ich mich halt wenn der kollege von uns jetzt auch noch super gut geskillt wäre was das für einen unterschied macht und denke mal der hilft uns nur diese riesen fische reinzuziehen weil die alleine für uns zu schwer sind oder aber ist denn ein thunfisch wirklich so groß 820 noch mal dies so schnell reisen muss man schon geht nicht das heißt wir reisen mal von hand an und dann reisen wir mal in den hafen hier und ich glaube dann warum ist das schild jetzt im weg und wir können da nichts ich glaube wir sollten dann auf jeden fall in jedem hafen uns die hinweise holen wo die fische sind die sind ja teilweise kostenlos das hat immer mal immer wieder fragen so das war jetzt der aufwand von ja gut drei stunden spielen bis irgendwie mit mit fehlern und allem die sache hier in fünf minuten fertig war wenn sie dann fertig war hast du der arme kollege stehe mal draußen warte drauf komm gehen wir gehen wo ich mal aus du guter wo die du sondern gucken wir mal ich bin schon sehr gespannt so dann schauen wir mal fisch an bord wollen wir die fisch verkaufen menge acht thunfisch sonderpreis was ist denn hier los beides ja da würde ich sagen jetzt bei den kredit zurück wüssten ja sofort zurückzahlen easy und ja ich glaube wir gucken uns mal kurz die erwartung so und ja da würde ich sagen ich hole mal ein bisschen thunfisch ran vielleicht auch noch ein bisschen bessere kundern vielleicht das voll automatisch macht weiß ich nicht aber natürlich das ziel eines der nächsten fische schiff und zulegen ist natürlich ein bisschen arbeiter und scheinbar gibt es auch an unterschiedlichen hilfen unterschiedliche schiffe kinder aus nächsten folge bis dahin dass man für zuschauen ich freue mich auf eure kommentare zwinger smiley und eure daumen gerne nach oben wenn ihr unten geht dann sagt bitte warum und denkt daran gibt es nicht im spiel sondern mir besten dank fürs zuschauen und macht's gut tschüss